jo und willkommen bei einer sehr kurzen folge happy wheels und zwar wollte ich heute euch nur ein level zeigen was sogar speziell für mich gemacht wurde und zwar gehen wir kurz nach braus level dann search by name dann schreiben wir hier mars zum suchen ja von demselben aber er hat es schon eine neue version aufgeladen eigentlich ist sie nur maus im stress aber jetzt hat er mir schon ein paar neue level gemacht von lord nectar versucht ein bestes ist gleich durchzukommen dann hier heißt es dann please replay speichern wer schafft kein kommentar und kein kommentar ja ich habe den namen vergessen aber was mit julian kepler oder so auf jeden fall werde ich euch den kanal verlinkt er hat kein kanal scheiße auf jeden fall verlinkt den kommentar den er geschrieben hat und zwar hat er für mich ein ja happy wheels level gemacht was wenn wir heute auch spielen das heißt die ganze folge wird einfach nur das level von dem typen sein und das andere aber ich finde es einfach so cool dass er ein eigenes land für mich gemacht hat es ist einfach so was besonderes ein eigenes level nur für mich das ist ziemlich cool da bin ich auch stolz drauf ok 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 restart so ich habe das level schon einmal gespielt das heißt das ist glaube ich das zweite dritte mal ich weiß nicht nein das zweite mal ich habe nur einmal gespielt glaube ich aber auch nicht geschafft warte da weiter geschafft sorry dass es etwas kurz war dafür kommt bald ein zweiter besserer teil trotzdem danke für das level fünf sterne ich habe jetzt auch ein account gemacht extra dafür und zu den favoriten dazu so exit menu und wir spielen mal das nächste und zwar die fortsetzung von dem play so was erwartet uns hier wo 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 das ist klar dasselbe nur dass man sehr schnell ist ok trotzdem fünf sterne exit menu und ausflug ok keine ahnung was hier passiert aber wenn ihr mal den typen schwester mutter maßen hi du machst ein aus warte mal ah hier ist fix lesion ok sorry gut woher weiß der dass nicht dass ich eine schwester mysteriös mutter warum bin ich das kind warum bin ich das kind soll ich so aus ich könnte nicht wissen nicht wissen ich auch schon ein maß und du machst ein aus mit mit deiner mutter und deiner schwester ok durch in echt nie machen und wo wo steht da ein loch töte den höhlenmenschen oder auch nicht okay sehr geil weiter das war schon ok trotzdem ein netter gedanke kommt von mir auch fünf sterne und natürlich wir sind zu favoriten zu so einfach der kurs ja exit menu das war es eigentlich schon mit dem video ich wollte euch nur zeigen dass er so nett warum mir ein eigenes level gemacht hat und damit würde ich auch sagen ihr könnt natürlich auch ein level machen wenn ihr bock jetzt habt oder wenn ihr es auch könnt einfach in den titel meinen namen reich ein maß oder mehr braucht rein schreiben also mindestens mein namen sollte drin stehen damit ich es finden kann mehr wollte ich noch gar nicht zeigen in dem video von uns kurze video machen aber auch gar nicht viel zeit und damit beende ich es und ich würde sagen bis zum nächsten mal und ciao